Hubert von Goysern sitzt auf diesem roten Stuhl. Und ich glaube, die nächste Stunde werde ich da nicht wegkommen. Bleibt! Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Auf dem Roten Stuhl. Bist du narisch? Die Freude ist groß. Ich glaube, mit dem Gast von heute, das ist die längste Zeit, wo ich versucht habe, ihn zu bekommen. Hubert von Goysern, Servus. Grüß dich, Servus. Ich freue mich extrem. Jetzt hat es einmal gepasst. Jetzt hat es gepasst. Ich glaube, kurz einmal erwähnt, wir sind hier, wir haben dich in deiner Heimatgemeinde besucht. Noch immer. Du besuchst mich. Ich bin gerade. Ja, genau. Stimmt. Wir müssen in der Gegenwart sprechen. Voll schön, dass wir da sein dürfen, Hubert. Dabei darf ich kurz am Anfang vielleicht ansprechen, ich hoffe, du verzeihst mir das, dass du gar nicht so ein großer Freund von Interviews bist. Nein, ich bin ein großer Freund von Gesprächen, aber Interviews und immer dasselbe Fragen gestellt bekommen. Man denkt, das wissen eh schon alle. Und die das nicht wissen, ist auch wurscht. Das heißt, die Sachen, wo, was ist auf dem neuen Album drauf und warum bist du jetzt Autor geworden oder was gibt es da für beispielhafte Fragen? Genau, solche Sachen. Warum? Immer die Warum-Frage. Die Warum-Frage. Die Warum-Frage. Aber, weißt du was, ich beschäftige mich viel oft generell mit dem Phänomen Interview. Ich frage mich, was eigentlich, ich weiß nicht, hast du das selber auch, dass man die Faszination, dass man Menschen dabei zuhört, wie sie über gewisse Sachen denken und im Speziellen dann auch noch bekannte und, sagen wir, berühmte Menschen. Wohnt das auch in dir inne? Weil ich finde das Phänomen grundlegend total interessant. Ich bin ein neugieriger Mensch und die Menschen, die ich interessant finde, es müssen nicht unbedingt Menschen sein, die ich mag, da höre ich dann schon gerne zu, wie die ticken. Das schon. Es ist aber auch meine Erfahrung, dass Leute jetzt aus irgendeinem Bereich kommen, sagen wir jetzt einfach mal Musik. Wenn die dann zur Politik gefragt werden, dass ich mir dann oft denke, ach, rätst du bitte über Musik. Es ist gerade, also was gesellschaftliche Phänomene anbelangt, es ist natürlich interessant, verschiedene Sichtweisen zu bekommen, aber es ist mir aufgefallen, dass Leute, und ich hoffe, ich tappe da nicht auch irgendwann einmal hinein, dass Leute nur, weil sie auf irgendeinem Gebiet gut sind und große Anerkennung erfahren, dass sie dann glauben, sie kennen sich überall aus. Das haben wir jetzt, also mir fällt jetzt ein Beispiel ein, jetzt aus der Wirtschaft, Frank Straunek. Er weiß, wie man wirtschaftet, aber er hat keine Ahnung von Fußball, er hat keine Ahnung von Politik, hat sich aber in beides irgendwie einig muskelt und glaubt, er kann das. Und da gibt es noch ein paar andere Beispiele auch, also die einfach eine Inselbegabung in irgendeinem Bereich haben und glauben, sie können das auf alles ausdehnen und das ist aber nicht der Fall. Da sind wir ja eigentlich gerade in einer richtig interessanten und spannenden Zeit dem Thema gegenüber, gerade in der Corona-Zeit war es ja so, dass man sich natürlich vorsichtig, wenn dann aus dem Fenster lehnen hat müssen, weil man mit dem Phänomen Shitstorm dann gleich einmal vielleicht im schlechtesten Fall in Berührung gekommen ist. Da habe ich mich eh gefragt, wenn zum Beispiel jetzt ein prominenter Mensch sich wie zum Beispiel aus der Musik oder Kabarett über Corona geäußert hat, wie denkst du darüber, wann darf sie denn oder wann soll sie prominent darüber politische Sachen oder zum Beispiel Corona äußern? Ich glaube, dürfen tut es jeder. Und es ist ja gut, dass es eine Pluralität an Meinungen gibt. Es ist gerade was Corona angeht oder diese Pandemie angeht, ist es einfach so, es gibt die Wahrheit nicht. Aber es gibt wahnsinnig viele, die behaupten, sie haben es, die Wahrheit und sie finden, dass alle sich dieser Wahrheit anschließen sollen. Und da finde ich eigentlich die Impfgegner und die Verschwörungstheoretiker und so diese ganze, die haben viel mehr den Anspruch, dass es so laufen sollte, wie sie glauben, als eigentlich der Konsens der großen Mehrheit ist. Und das ist sehr verstörend, also das ist zutiefst antidemokratisch. Ich finde, wie gesagt, jeder soll seine Meinung und kann auch gerne komplett konträr zu meiner haben. Aber nur wenn er dann missionieren will, das geht man dann schon ziemlich am Geist. Und wenn solche Leute dann demonstrieren vor Gesundheits-Einrichtungen und die Behinderung, dass die ihren Job machen, dann denke ich, ja, geht es irgendwo hin auf eine Insel, was soll ich bei einem Ansatz? Du hast, glaube ich, auch in der Corona-Zeit mit dem Thema Shitstorm sozusagen Erfahrungen gemacht. Du hast einmal in einem Interview erzählt, wo das habe ich so mitgekriegt. War das für dich zum ersten Mal, dass du, weil normalerweise als erfolgreicher Mensch, also ich habe das bei mir zum Beispiel gesehen, man ist immer meistens mit Zuneigung konfrontiert, wenn man irgendwas macht. Und bei mir war es zum Beispiel so, in der Corona-Zeit habe ich zum ersten Mal mit Gegenwind. War das bei dir auch zum ersten Mal so richtig? Nein, nein, das habe ich schon, das war ja am Anfang meiner Karriere, war das schon, gerade in Gäusern da, war eigentlich hauptsächlich Gegenwind. Also die, die sich artikuliert haben, die haben sich gegen mich artikuliert für die Art von Tradition, die, oder was ich mit Tradition mache und mit der Musik. So zu entschuldigen, die Vermischung mit Zweck, mit anderen Stilisten. Ja, einfach sie ins Hier und Jetzt zu holen und nicht einfach so die Asche anzubeten, sondern das, ja, schauen, wie brennt es in der heutigen Zeit. Und da gab es grundsätzlich Gegenwind. Das liegt jetzt aber schon einige Zeit zurück, also genau genommen 30 Jahre. Die meisten der Kritiker von damals sind gestorben. Und ich bin jetzt da in einem Alter, wo, und aufgrund des Erfolges, wo es eine gewisse Beißhemmung gibt. Und aus der Anonymität heraus ist, wie es zum Beispiel in den sozialen Medien ist, ist es natürlich nur viel leichter, jemanden anzugreifen, anzupatzen und so. Aber ich bin da jetzt nicht der, der da nachschaut, was sagen die oder was denken oder sagen die Leute über mich. Ich kriege es jetzt, wo ich auf Tour bin, ab und zu mit. Weil ich mich da einfach auch der Öffentlichkeit stelle. Ich kann mich erinnern, es gab vor ein paar Wochen ein Mail von einem erbosten Zuhörer, der nicht einverstanden war über irgendwas, was ich gesagt habe. Es gibt einen Song, meiner soll, meiner soll, dass es gar so weit bei so viel fällt. Den habe ich vor Corona geschrieben, aber der passt jetzt einfach gut. Und ich sage das dann auf der Bühne auch. Und dass ich das befremdlich finde. Auf der einen Seite finde ich es okay, wenn so einer sagt, oder eine, ich lasse mich nicht impfen. Ja, sei eben irgendwie freigestellt. Nur es ist auffällig, dass die Impfgegner auch eine sehr große Überschneidung haben mit Verschwörungstheoretikern, mit Putin-Versteher, mit all diesen, sage ich jetzt einmal, die gesellschaftlichen Teilleistungsstörungen. Und das hat ein paar Leuten aufgestoßen und sie haben gemeint, sie wollen mich verklagen, ich freue mich drauf. Das ist aber nichts, was dich jetzt persönlich so als Mensch irgendwie ankratzt. Man tut es dir immer. Ja, jeder will geliebt werden und am liebsten von allen geliebt werden. Aber es gibt dann schon ein paar, wo man sich denkt, das würde ich mir gerne sparen, die Liebe von dem oder von der. Aber das sind Befindlichkeiten, die möchte ich eigentlich gerne, über die möchte ich gerne hinwegkommen. Und insofern ist das große Ziel, von allen geliebt zu werden. Aber es ist utopisch, es ist unerreichbar und ich mache mich auch nicht verbirgen, nur dass mich wer geschätzt oder gern hat. Früher, wenn du das vorher kurz erwähnt hast, hat es ja natürlich Facebook mehr nicht gegeben. Das heißt, die Leute haben dem Wirtshaus einfach wirklich face to face noch die Meinung gegeigt sozusagen, über die Vermischung der Stile, den Purismus, den sie offenbar gelebt haben damals. Ja, wobei diese Situation, die du ansprichst, die auch festgehalten worden ist vom Bayerischen Rundfunk. Ich hätte mir das gerne gespart. Der Bayerische Rundfunk hat sich eingebüht, er will so eine Konfrontation haben und hat dann alle irgendwie ganz larisch gemacht da in Gölzern und hat alle zusammen gesucht in ein Wirtshaus und wenn ich da nicht hingegangen wäre, war es irgendwie komisch gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe da hin, ich war noch dazu krank, ich habe irgendwie eine gescheite Verkühlung gehabt. Was aber mein Glück war, weil wenn ich wirklich fit gewesen war, war ich über die Oli hergefallen. Und so war ich einfach nur so, dass ich mir lasse das bitte vorbeigehen, diesen Tag, und habe dann sehr gelassen oder sehr defensiv reagiert auf die ganzen Anschuldigungen. Und ich glaube, das ist viel sympathisch an mich gekommen, als wenn ich die alle angeschrieben hätte. Das heißt, es war ja fast so eine halb geskriptete, unter Anführungszeichen, Situation, wenn die die vorher quasi fast angestachelt haben, dass da wurde medientauglich aufbereitet, kann man das so zusammenfassen. Ja, ja, meistens. Es gibt schon Leute, die verstehen ihr Geschäft mit den Medien. Ich würde dich nicht aufstacheln, ich versprich's. Danke. Für das sind wir nicht extra so weit gefahren, gell? Du hast vorher etwas Interessantes gesagt, man will gefallen. Dabei gibt es aber dann bei dir, also das ist ja oft so bei Musikern oder so, die natürlich dieses Bühnenleben, das was da retourkommt, total lieben. Es gibt ja, glaube ich, die eine Fraktion, wo man gar nicht so genau weiß, geht es eher mehr um das sozusagen um die Berühmtheit oder um eher nur das Handwerk. Du ziehst dich ja dann oft gleich fünf, sechs Jahre zurück, jetzt sind wir gerade 20, 22, bist wieder auf Tournee und ich glaube, das letzte Konzert davor war 2016. Das heißt, ist das gar nicht so das, um was mitunter geht, weil du sagst, man will ja eigentlich geliebt werden, aber dann ziehst du dich wieder zurück, beispielsweise von der Bühne. Musik und Bühne, das ist halt meine Berufung, mein Beruf. Aber es gibt dann noch etwas und das hat mit Bühne nichts zu tun. Bühne ist immer larger than life. Also man darf sich nie verwechseln mit der Figur, die auf der Bühne steht, die dann einkaufen geht. Weil das ist ein anderer, der Hubert, der einkaufen geht oder der mit dem Zug fährt. Und ich fahre gerne zweite Klasse, weil ich das einfach sehr entspannt finde. Ich bin draufgekommen, wenn ich erste Klasse oder gar eine Business-Klasse fahre, also da schüllen mich die Leute viel mehr an als in der zweiten Klasse, weil natürlicher Respekt der Menschen da ist. Das ist Wahnsinn. Spannend. Die freuen sich, dass ich im selben Abteil, nicken mir vielleicht zu, aber ich versuche keinem ins Gespräch zu kommen, in der ersten Klasse oder im Business-Klasse, da ist jeder, nicht jeder, aber sehr viele Leute, die sich dann denken, ah, jetzt habe ich mal Gelegenheit, dass ich mit Hubert rede. Nein, ich habe das schon immer, das wollte ich auseinander halten. Diese Bühnefigur und die Figuren, die in der Öffentlichkeit steht und die Privatfigur. Ich habe gesagt, nein, ich fange mir das nicht an, dass ich mich nicht mehr unter die Leut gehen traue, weil ich das nicht will, dass mich wer anrede. Und man kann das schon aufbauen, diese Aura, dass man jetzt einfach privat unterwegs ist. Aber es gibt sehr viel, sehr viel, die auch im Privaten dann so und angehen mit diesem Gefühl, sagt es mir eh alle. Ich bin einer, der eher so der Indianer ist, der auf unerkannt und die Feder runter tut. Weil es in dir drinnen ist quasi oder weil du auch Erfahrungen gesammelt hast praktisch, die dich ja dazu getrieben haben, dass man sich eher ein bisschen mehr zurücknimmt? Ich finde das Leben als Promi jetzt nicht wirklich reizvoll. Ich finde das Leben auf der Bühne und als Musiker reizvoll, aber prominent zu sein, das hat mindestens so viele Nachteile wie Vorteile, wahrscheinlich sogar mehr. Hat das vielleicht eher mit der Anzahl der Interviews auch was zu tun, dass du dich gar nicht so wichtig nimmst, dass man das Gefühl hat, man muss auch permanent seine Meinung dazu abgeben? Das auch, aber ich glaube auch, dass jeder hat sein Leben und soll auch sein Leben leben. Und ich mag da nicht, ich tauge nicht als Vorbild, als Role Model für so viele Leute. Es gibt ein paar Leute, wo man denkt, die können sich da vielleicht orientieren an der Art und Weise, wie ich meine Sachen umgesetzt habe oder meine Träume und Visionen, aber im Grunde genommen bin ich ein Mensch wie jeder andere und ich bin zum Beispiel viel mehr stolz darauf, dass ich eine intakte Familie habe, als dass ich ein paar Hits geschrieben habe. Nicht, dass jeder einen Hit schreiben kann, aber das ist, dass das Umfeld das familiäre funktioniert und nicht nur funktional ist, sondern dass es einfach wirklich eine große Geborgenheit für alle Beteiligten darstellt. Da bin ich total froh, dass mir das aufgegangen ist und dass das zu verbinden war. Und darum habe ich auch immer wieder diese Auszeiten gehabt, dass ich 1994 mit den Alpinkatzen aufgehört habe. Das war glaube ich die erste große Karte, die hat ja damals ein paar Jahre gedauert. Da waren es auch sieben Jahre, bis ich wieder auf die Bühne gegangen bin. Ich habe in der Zeit schon was gemacht, aber ich war nicht mehr so dauernd unterwegs und dauernd im Studio und auf Tour, sodass ich von der Familie gar nichts mehr mitgekriegt habe. Das war in dieser Zeit, da hat mir meine Frau damals ausgerechnet, weil, wenn man die Tage, wo ich voll zu Hause war, nicht an- und abreisetage war, waren es 14 Tage, wo ich daheim gewesen bin. Was? Vom ganzen Jahr? Vom ganzen Jahr. Und ich habe das selber nicht geglaubt. Ich habe mir gedacht, das ist ein Schmäh. Dann hat man den Kalender hergenommen und alles durchgerechnet. Dann habe ich gesagt, sie hat recht. Und weil du merkst das selber gar nicht, weil du bist so in einem Tunnel drinnen und es ist so ein Rausch des Erfolges. Und von einer Bühne auf die nächste und rein ins Studio und ins nächste Interview. Und da habe ich dann so eine, nicht eine Aversion, aber so eine Distanz aufgebaut gegenüber dem ganzen Drumherum und dem Wirbel. Und da habe ich gemerkt, nein, jetzt habe ich zwei Kinder und eigentlich war ich gern Vater. Ich bin gern Vater geworden und jetzt möchte ich gern ein Vater sein und nicht nur am Telefon. Glaubst du, kann man das leichter sagen, wenn man Hits gehabt hat? Oder zu der Zeit ein, zwei Hits, sage ich jetzt einmal, glaube ich, ungefähr, gell? Nein. Regt man sich da dann leichter zu sagen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, man tut sich leichter, glaube ich, wenn das in einem Alter passiert, wie es mir wieder gefahren ist. Ich war 40 Jahre alt, wie ich meinen ersten Hit gehabt habe. Und da hast du schon ein paar Sachen erlebt. Und da kann dir nicht mehr so leicht jemand eins für zwei vormachen oder x für y. Und da ist man dann einfach schon geerdeter. Wenn dir das mit 20 Jahren passiert, ist es sicher, da wirkt die Droge Erfolg noch einmal ganz anders, glaube ich. Dabei hast du ja, das habe ich auch spannend gefunden, erzählt in einem Interview, dass du auch Phasen gehabt hast, dass du sozusagen auch alles in Kauf genommen hast, um der Berufung zu folgen, mit nichts zum Essen gehabt hast, kein Geld gehabt und so weiter. Das ist ja oft das, was die Menschen, wenn dann irgendwann die große Figur dasteht, einfach gar niemand mitgekriegen oder nie mitgekriegt haben, bis man dort hingekommen ist, diese Kilometer, die man gefahren ist. Ja, von nichts kommt nichts. Jeder, der so ein Level erreicht, dass er einen Hit hat oder ein Star ist, der hat sehr, der oder die hat sehr viel auch investiert in dieses Glück, in diesen Erfolg. Das kommt von nichts. Also du brauchst eine Leidensfähigkeit. Mir ist es nie als Leiden vorgekommen, sondern halt einfach, es ist zart und jetzt knurrt der Magen, weil ich nichts zum Essen habe. Aber es ist nie so als Leidenszeit empfunden worden von mir. Und nie hinterfragt? Immer? Nein. Nein, ich habe mir das, ich habe erst mit 30 Jahren entschieden, also mit 27 Jahren entschieden Musiker zu werden. Mit 30 Jahren habe ich gesagt, jetzt will ich nicht Musiker werden, jetzt bin ich Musiker. Und da habe ich mir gesagt, und das machst du jetzt 10 Jahre. Und wenn du mit 40 Jahren noch immer nicht weißt, wo du das Geld für die Miete herkriegst, dann bist du gescheitert und dann musst du was anderes suchen. Aber 10 Jahre muss es dir jetzt geben und die 10 Jahre hältst du durch, egal wie zack das wird. Und ich habe, das war eh in der Zeit so, wo ich da angefangen habe, da war ich einmal in Frankfurt auf der Musikmesse. Musikmesse, ja. Und habe für AKG Mikrofone vorgestellt. Also ich habe damals auch schon ein paar Instrumente gespielt und habe das in so einem Studio gezeigt, wie verschiedene Mikrofone auf Flöten, auf Gitarren, auf Gesang reagieren. Und da war noch ein Kollege von mir, der andere Mikrofone oder andere Sachen dargestellt hat. Das war der John Heisman. Schlagzeuge von Kolosseum. Wow, Kolosseum, ja. Und ich bin natürlich gegen von dem. Und das ist ja total, also richtig ein voll netter Brite. Und wir hatten, oder ich hatte das Glück, dass wir dann ab und zu mal essen gegangen sind. Und dann habe ich gesagt, John, can you give me any advice? Ich bin jetzt ganz am Anfang meiner Karriere. Und dann habe ich gesagt, there's only two rules. Rule number one, whatever happens, never give up. Und wir waren beim Essen und dann fangen wir, du darfst essen essen? Und irgendwann sagte man dann, rule number zwei. Und dann habe ich gesagt, John, you said there's two rules. Und man sagt, ah, oh yes, rule number two, never play at parties. Und das habe ich ernst genommen. Beide habe ich ernst genommen. Und ich weiß ganz genau, also es ist nicht gut, auf Festeln zu spielen, als Musiker. Also niemals in die Dienstleisterrolle? Nein, du bist kein Hintergrund, du bist keine Unterhaltung, du machst nicht irgendwie so ein bisschen Atmosphäre, damit sich andere Leute gut unterhalten können und eine gute Zeit haben. Als Musiker, wenn du spielst, musst du den Anspruch haben, dass da alle, die da sind, zuhören. Und wenn du das nicht schaffst, dann hast du kein gutes Gefühl. Wenn du das nicht schaffst, dann musst du dir denken, was habe ich falsch gemacht? Das muss ich anders machen. Aber ich will die haben, ich will die alle haben. Bis ganz hinten ins Eck. Muss man natürlich ein Songschreiber sein dazu? Vorher geht es einmal, würde ich sagen, oder? Nein, ich glaube nicht. Oder eine Band finden, wo man sich einig ist, dass man das Gleiche macht. Weil ich bin Schlagzeuger, wenn ich jetzt hinten natürlich sage, okay, ich will jetzt nur mein Ding, damit sie die ersten Songs schreiben können oder so eine Idee haben von einem Song, mit dem ich dann mit anderen Leuten umsetze, oder? Nein, du suchst ja die Leute, wo die auch den Film haben. Die die Idee mit gemeinsam umsetzen. Genau. Und dann sagst du mir, das sind die Musiker, die bei dir auch bei ihnen spielen wollen, weil die haben den Anspruch, den ich auch habe. Ich habe ja lange nicht gewusst, dass ich ein Songwriter und ein Frontman sein konnte. Ich wollte einfach Musik machen. Ich wollte mit Musik Geld verdienen, sodass ich davon leben kann. Und habe aber versucht in anderen Bands mitzuspielen, wenn irgendwer einen Gitarristen gesucht hat. Dann habe ich mich gemeldet und bin immer gescheitert. Das heißt, du warst der Sideman am Anfang? Ja, ich wäre gerne Sideman gewesen. Das hat nie geglaubt. Okay. Weil ich glaube, weil ich einfach zu dominant war als Sideman. Weil wenn ich gemerkt habe, das tut ich jetzt nicht, dann habe ich gesagt, entschuldige, aber das funktioniert nicht, dann müssen wir anders tun. Und das ist, wenn ein anderer den Führungsanspruch gehabt hat, der hat sich dann bedroht gefühlt durch mein Auftreten und dann war ich schon wieder weg. Das kennt man oft von Bands. Da kracht es dann meistens, wenn zwei Alphatiere in einer Band. Ja, und ich habe mich aber nie als Alphatier empfunden. Ja, einfach nur eine ganz konkrete Idee von was, wie es sein soll. Ja, genau. Wo irgendwer drei Akkorde spielen, wo ich dann sagen muss, entschuldige, es ist ein Schaß. Ja. Und da bin ich dann nicht seit meiner und sage, es ist zwar ein Schaß, aber ich mache es. Hast du da, weil ich glaube, der Musiker grundlegend ist ja einer, der wahrscheinlich, ich will jetzt niemanden anderen irgendwie, also ich habe das Gefühl, die Künstler generell sind so diese, die ganz arg hinterfragen. Die zlingeln immer alles und hinterfragen alles und haben auch meistens viele unbeantwortete Fragen des Lebens. Hast du das Gefühl, dass bei dir das meiste, dass du im Reinen bist nach so vielen Jahrzehnten Musikbusiness mit, bist du zufrieden mit deinem Bühnendasein? Ja. Ja? Im Moment bin ich, also ich weiß nicht, ob es da mal eine andere Sichtweise gegeben hat, aber nein, ich bin sehr dankbar dafür, dass es so ist, wie es ist. Und ich habe nicht so das Gefühl, ha, ha. Es gibt, ich habe genug Schwächen auch im Musikalischen und Kompositorischen und Poetischen und bin mir dieser Schwächen bewusst. Ich mag jetzt nicht drüber reden, falls du auf die Idee kommst, nachzufragen. Danke für den Dezenten. Aber das macht mich demütig genug, dass ich mir denke, dafür, dass ich es nicht hundertprozentig hinbringe, so wie ich es eigentlich gern haben will, muss ich sagen, es ist wirklich lässig aufgegangen. Und ich zweifle ja auch immer an dem, was ich mache. Also ich kann mich erinnern, wie wir Brenner tut es gut, fertig gehabt haben. Dann habe ich mir gedacht, wirst du wieder im Studio gesessen? Schade. Schade, weil es ist nicht, es könnte ein Hit werden, habe ich mir damals gedacht. Aber da gibt es ein paar Sachen, ein paar Fehler drinnen, die einfach verhindern werden, dass es ein Hit wird. Und dann ist es ein Hit geworden. Spannend. Und witzigerweise, wenn du mich jetzt fragst, was waren diese Sachen, die dich stört haben, ich weiß es nicht mehr. Die Leute haben es zu einem Hit gemacht und haben es auch für mich nicht mehr hinterfragbar gemacht. Das heißt, da kannst du im Nachhinein dann schon abschließen und sagen, okay, passt für Ja, genau. Weil das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Dass man das dann loslassen kann. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du zu jemandem hingehst, der etwas Tolles gemacht hat, was dir total gefällt, sei es eine Performance oder ein Buch geschrieben oder irgendwas, und sagt, Wahnsinn, das ist alles, danke und das ist so lässig gewesen. Und der oder die sagt dann, ja, aber diese zweiten Strophe, da habe ich irgendwie, Alter, mir hat es gefallen, jetzt reden wir es nicht aus. Ja. Solche Menschen gibt es leider auch zu oft, die kennen das hervorragend. Ja. Also kann man die da dann schon auch kurz ins Wanken bringen, auch wenn du dir sicher warst? Ja. Ich lasse mir es nicht auch kennen. Okay. Ich meine, es gibt, wenn jemand etwas für sich oder zum Seinen gemacht hat, dann will ich ihm es nicht wegnehmen und sagen, du, so ist es aber nicht. Sondern du musst das ganz anders hören oder sehen oder verstehen. Es gibt, mein Lieblingsbeispiel ist, hörst das nicht. Immer wieder kommen Leute und sagen, ah, das Lied, das ist mein Lieblings, das, wie heißt das nicht, das, hörst mich nicht. Und ich sage dann nicht, nein, das heißt aber, hörst das nicht. Sondern so hören. Es gibt viele Leute, die hören das und dann merkst du einfach, das ist ihr eigener Wunsch, gehört zu werden. Darum hörst du es nicht, sondern hörst mich nicht. Und den zerstört man dann in dem Moment. Nein. Und dann, aber noch eine Krone aufgesetzt hat, ein Pater, ich war in einer Kirche drinnen und habe Orchelmusik aufgenommen für Filmmusik und dann kommt ein Pater daher und sagt, ich habe gehört, Sie sind hier im Haus, ich freue mich ja so, Sie kennen dieses Lied von Ihnen, dieses Hörst ihn nicht. Und ich denke, ja eh, das gilt, für dich gilt es. Aber das finde ich sehr sympathisch. Ja eh. Aber das interessiert mich jetzt auch gerade, hat es bei dir so eine Phase gegeben, das gibt es ja oft so, wenn man jetzt sagt, hörst du das nicht, hier der Madl, wie soll ich heißen, dieses Smash-Hits brennen, tut es gut jetzt natürlich auch. Das ist ja, glaube ich, sogar der Größte im Nachhinein. Gibt es da die Zeit, wo man dann darauf reduziert, wo du darauf reduziert worden bist, zum Gefühl, dass irgendwie jeder war, wenn nur hier der Madl, oder? Na, es war sicher mit ein Grund, also abgesehen vom familiären, war diese Funzierung, die man das Hirte Madl eingetragen hat, die vorher schon, ich weiß nicht, wenn wir die fertig gemischt haben, wie das ausgefallen ist aus den Lautsprechern, ich sehe mich jetzt so im Studio stehen und ich habe gesagt, pah, wenn die Nummer aufgeht, dann geht es für mich nach hinten los. Wirklich? Ja. Warte ich schon von vornherein so negativ behaftet? Nein, ich habe mir einfach gedacht, das ist eine geile Nummer, aber wenn die richtig aufgeht, dann habe ich das Sitzen und dann muss ich damit fertig werden und das wird einfach nicht nur lässig werden, wenn du auf diese Nummer reduziert wirst. Aber hörst du das nicht auch drauf? Auf hörst du das nicht, ist nie gechartet, ist die geilste Nummer, die ich wahrscheinlich geschrieben habe, ist nie gechartet, es war alles überlagert von Hirte Madl, zu der Zeit. Aber hörst du das nicht, ist am selben Album drauf. Mittlerweile ist das an Kult natürlich wahrscheinlich mindestens genauso hoch einzustufen. Ja, aber da hat es einfach ein paar Jahre gegeben und das hat nicht nur das Publikum, sondern meine Band, mein Management, die Plattenfirma, alle, die waren fix und fertig, weil ich gesagt habe, ich will jetzt etwas anderes machen. Darum habe ich es auch aufgelöst. Nein, in diesem Umfeld kann ich nichts anderes machen. Eigentlich in der erfolgreichsten Zeit mehr oder weniger hast du den Hahn zugedreht, kann man sagen. Genau, alle haben gesagt, nein, jetzt steht die Wiese hoch, jetzt musst du einfahren. Damals noch mit den Schilling-Zeichen in den Augen. Nein, ich weiß nicht, wie viele Konzerte jedes Jahr gespielt haben in der Zeit. Eigentlich waren es ja nur drei Jahre mit den Alpinkatzen, 92, 93, 94 und das waren wahrscheinlich jedes Jahr 150 Konzerte. Wahnsinn. Und daneben dann noch im Studio. Und wo ich mir denke, ja, jetzt habe ich das gehabt, aber jetzt einfach zu wiederholen und nochmal wiederholen und dieselben Hallen und vielleicht größere Hallen und das Stadion oder so irgendwas. Geld habe ich jetzt verdient, dass ich eine Zeit lang, lange Zeit lang eigentlich davon leben kann. Und jetzt schaue ich mir, was sonst noch passiert. Und es sind dann auch viele Sachen passiert, die wären nicht passiert, wenn ich weitergemacht hätte. Ich wäre nie nach Tibet gekommen. Ich hätte Django oder Al nie kennengelernt. Das war nur möglich, weil ich Zeit gehabt habe. Die Quetschen, das habe ich gerade jetzt noch gelesen, mir war das auch nicht bewusst, ist ja praktisch erst als letztes Instrument in dein Leben gekehrt und eigentlich gleich zum Markenzeichen mehr oder weniger geworden. Wahrscheinlich zwangsläufig durch das Hirtermadel, wo die Quetsch natürlich so präsent war. Also habe ich auch interessant gefunden, dass das eigentlich das letzte Instrument war, das in deinem Leben dazugekommen ist. Ja, aber nicht nur vom Hirtermadel, da waren schon einfach so ein Nummer wie der Steierer Schleiniger und der Schleiniger und der Schleiniger und bald bis oben und bald bis unten oder Kokain-Blues und die ganzen Sachen, wo ich auf der Ziermoniker, auf der steirischen, das erste Mal habe, weil ich es gespielt habe, was einfach noch keiner gemacht hat, weil ich es wie ein Blusharp interpretiert habe. Und dadurch habe ich es entstaubt und befreit von diesem Heimatluftkompressor. Was die anderen auf den Plan gerufen hat, die das nicht wollen haben, dass man das anders präsentiert. Das war sozusagen der Auslöser für die damaligen Diskussionen. Genau. Du weißt ja musikalisch eigentlich nie voraus berechenbar, was da am nächsten Album zum Beispiel drauf sein wird. Für mich gerade ist das eigentlich ab dem Zeitpunkt, wenn man jetzt so drüber redet, wo die Alpinkatzen eigentlich das Ende gefunden haben, kann man sagen, war der Hubert von Gäusern musikalisch nicht mehr voraus kalkulierbar oder berechenbar. Ja. Das bürgt ja dann mehr oder weniger die Gefahr mit sich, dass beispielsweise die Fans der Hirtermadelzeit oder das Sounds der Hirtermadelproduktionen abspringen könnten. Ja. Wenn man hier musikalisch sozusagen kommt, mit etwas komplett anderem. Ja, könnten und ein paar sind sicher auf der Strecke geblieben, glaube ich schon. Ja, aber das ist auch okay. Der Hage, mein Manager hat, ich glaube das war Ende der 90er Jahre dabei, da habe ich mit tibetischen Musikern zusammen eine Produktion gemacht, die In Exil. Und er war fassungslos, wie er das das erste Mal gehört hat und wollte das auch nicht machen. Er hat gesagt, damit kann ich nichts anfangen. Ich kenne niemanden, der mit so etwas anfangen kann. Ich habe gesagt, das ist mir wurscht, ich mache das jetzt und ich bringe es raus. Und er hat sich dann doch entschieden, da mitzumachen, wie er gesehen hat, dass ich da stur bleibe. Und als es dann aufging, es war schon zur damaligen Zeit die meistverkaufteste, wie sagt man da… Crossover. Crossover, Folk, Crossover, World Music oder wie immer. Das ist eine große Geschichte, da haben wir 130.000 Stück verkauft von etwas, wo außer mir und die, die mitgemacht haben, keiner begeistert war. Also am Anfang, wie das herauskam. Die Plattenfirma wollte das nicht machen, das Management wollte das nicht machen. Die haben es natürlich aus Sicht des Verkaufs, des Produktverkaufens gesehen. Ja, wie soll man das jetzt den Leuten verkaufen? Aber ich war da relativ immun, weil schon mit Aufgeigen statt niederschießen, mit diesem ersten erfolgreichen Album, da bin ich ja zwei Jahre Klinkenputzen gegangen mit dem Hirtermadl und dem fertigen Herstersnettel mit allen. Das wollte keiner machen, weil die haben alle gesagt, sie haben das zwar alles gut, aber sie haben sich erfolgreich zwischen alle Stühle gesetzt. Und wenn da das, wer zwei Jahre lang sagt und dann wird es der größte Erfolg, der in der damaligen Zeit passiert ist, in der österreichischen Musikgeschichte, dann bist du auch relativ firm, wenn es dann beim nächsten Projekt kommt. Dann sagen die, das kann es jetzt aber wirklich nicht sein. Okay. Und Hage hat dann diesen schönen Spruch gesagt, Hubert, du hast echt ein Glück, weil du hast ein wahnsinnig leidensfähiges Publikum. Und ich glaube nicht Leidensfähigkeit, sondern Offenheit und Neugier. Und dafür bin ich ungeheuer dankbar, dass es so viele Menschen gibt, die sich darauf einlassen, auf das, wo ich mich gerade drauf einlasse. Die sagen, okay, Hubert interessiert sich für Tibet. Wird schon einen Grund haben. Huch ich jetzt zu. Huch ich rein. Warum er das macht. Glaubst du, hat das beim ersten Versuch nur geklappt, weil der Hubert von Galsern schon der Hubert von Galsern war? Dass man deshalb sozusagen die Vorschusslorbeeren von den Fans bekommt, dass sie sagen, okay, das schauen wir uns jetzt einmal an. Ist natürlich schwierig zu beantworten, aber… Ja, unmöglich zu beantworten eigentlich. Aber es zeigt auch, dass es jetzt nicht das Hirtemadl war, warum sie zu den Konzerten gekommen sind, sondern dass es um diese Energie gegangen ist. Dass sie diese Energie erleben wollten, die ich auf der Bühne hingestellt habe und über die Welt ausgebreitet habe. Und das… Dann wollten sie irgendwie halt auch festhalten. Darum haben sie sich auch für das interessiert, was ich dann nachher gemacht habe. Und es sind… Ich bin befangen, weil es meine Musik ist, aber das waren einfach unglaublich geile Produktionen. Also in Exil ist nach wie vor eine der besten Platten, die ich je produziert habe. Das ist eine Musik, die ist zeitlos. Ebenso Gombe, also diese Afrika-Geschichte mit Jane Goodall, die Filmmusik, die ich gemacht habe von Galsern nach Gombe. Es ist einfach… Es ist ein Trip, du legst auf und du bist… 40 Minuten lang reist du durch Afrika und durch den Dschungel. Und das ist… Es ist… Es ist… Es ist geil. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich einen Hit gemacht habe mit dem Hirtermadl. Und dann denken sie sich, alles, was ich jetzt mache, ist sicher auch gut. Sondern das ist nur aufgegangen, weil es einfach auch wirklich sehr, sehr spannende Projekte waren. Für mich und für alle Beteiligten und auch für die Zuhörer. Und weil man wahrscheinlich auch die Energie von dir spürt, dass du 1000% das machen willst. Und ich glaube, das macht ja mit Sicherheit eine Glaubwürdigkeit aus. Wenn man vielleicht zum Beispiel was nur macht, weil es jetzt vielleicht gerade angesagt wird. Und man probiert es, weil man vielleicht mitschwimmen will. Oder weil es wirklich aus einem Ausdruck kommt, weil man das einmal umsetzen will in seinem Leben. Das hat wahrscheinlich andere gehofft. Nein. Das glaube ich schon. Ja. Das ist… Ich glaube, dass alles, was wirklich erfolgreich ist, hat dieses tausendprozentige von jemand, der das macht. War das in der Hirtermadlzeit bei dir auch schon so? Wenn man sagt, okay, das war doch ein paar Jahre, jetzt zurück mit 40. Du hast mir erzählt, dass ihr auch geschaut habt, dass man das in die Radiosender unterbringt. War das auch schon so ein Projekt, wo du 1000% das war, was du umsetzen wolltest? Jaja, das war so das erste Herzblutprojekt, wo ich mir einfach dachte, warum finden wir Volksmusik geil? Wir finden afrikanische Volksmusik geil. Oder aus Pakistan. Oder irgendwo. Nur unsere eigene. Da sagen alle, hör mal auf mit Ziehharmonik und Jodler. Das hat unter den Musikern immer so einen komischen Erfolgsmusik. Oft. Nicht immer. Aber solltest du da so einen komischen Ruf? Naja, wir unterscheiden, wir sind das einzige Land auf der Welt, das unterscheidet zwischen Volksmusik und volkstümlicher Musik. In Deutschland gibt es das nicht. Volksmusik, volkstümlich ist alles eins, ob du das sagst oder das. Also jeder versteht dasselbe. Das ist die ganze Bandbreite. In Amerika hast du halt noch so Country und dann Blue Grass. Das ist so ein bisschen puristischer und akustischer oder sowas. Aber bei uns, wir unterscheiden das. Und die Volksmusik, diese Heere und Pure irgendwie, die hatte diesen Augur des Nationalsozialismus. Das ist in der Zeit des Nationalsozialismus sind Traditionen und auch traditionelle Musik, Volksmusik, missbraucht worden für diesen Identitäts-Dingsbum-Wahn, den sie da gehabt haben. Dadurch, und da haben dann auch sehr viel mitgemacht. Und die, die nicht mitgemacht haben, das waren die Guten, das waren die Kreativen, die haben sie eh umgebracht oder sie sind ausgewandert. Übrig geblieben sind die Mitläufer. Und jetzt war in dem Moment, wo das vorbei war, wollte keiner mehr mit Volksmusik was zu tun haben, der kreativ war, der jetzt einfach nach vorne geschaut hat. Das waren dann einfach nur diese Bewahrer. Sozusagen auch politisch behaftet dann die ganze Geschichte. Genau, und dann gab es das Volkstümliche. Und das Volkstümliche, da gibt es halt einfach auch nicht wirklich eine Substanz. Das war diese heile Weltmusikantenstadl, wo man sie auch als ernsthafter Musiker nicht gesehen hat. Jetzt war das, bitte, das war der Gott sei bei uns. Und ich habe mich wahnsinnig darüber geärgert, dass das so ist, dass unsere Tradition so verträgt ist und so kommerzialisiert durch diese Musikantenstadl-Geschichten, Molke und so, dass ich mir denke, das verdient diese Musik nicht. Ich nehme das her, ich zeige euch, ich zerstöre die jetzt. Das war schon so ein, ach unser Spruch, wir ziehen den Rechten die Lederhosen aus. Und ein paar so Schlagworte, die wir da gehabt haben. Wir nehmen ihnen das jetzt weg, weil die haben das Feld besetzt und das lassen wir jetzt nicht kampflos. Denn ewig gestrigen. Und so kam es dazu, dass dann diese Form von Umgang, auch mein Ziermoniker-Spiel war ja genau dem geschuldet. Ich wollte das nie spielen, das Instrument. Das ist mir sowas von einem Geist gegangen. Und damit, wo sich einer das umgeschnallt hat, bin ich gegangen. Und dann hat mir mein Großvater die Ziermoniker geschenkt. Und ich wollte es nicht haben und ich habe sie immer stehen gelassen. Und bis ich einfach in einen Vollrausch, in einen Schnapsvollrausch, habe ich mir gedacht, jetzt zerreiße ich dieses blöde Teil. Habe es ausgepackt und habe angerissen und angerissen und geschoben und draufgehauen. Und habe gemerkt, Papi, du Tepper, das fährt ja wie die Hölle. Warum spielt das keiner? Und habe mir dann am nächsten Tag gedacht, ja, das hast du ein Bild, weil im Rausch findet man alles. Oder sehr viel lässig. Und habe dann nur einmal probiert und mir gedacht, ja eh, nein, da kann man. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und jetzt mache ich mit diesem Instrument etwas, wo sie alle im Grab haben, die immer das schöne Terzartel-Teil da drauf gespielt haben. Also das war schon so eine Wut. So eine Fleißhaltung eigentlich. Ja, genau. Und wo ich dann auch gemerkt habe, dass sie so viele Leute darüber aufregen, dass ich das so mache, wie ich es mache, dann war das ein Kick. Also es gibt nichts Schöneres, als wenn du ein Tabu plötzlich kriegst. Weil da kriegst du die Aufmerksamkeit. Polarisieren. Genau. Schafft immer Aufmerksamkeit, gell? Ja. Und dieser Wunsch war schon da. Es ist jemand mit dem Arsch ins Gesicht springen. Es hat sich wahrscheinlich jetzt über die Jahrzehnte verändert, dass die Quetschen dann einfach auch künstlerisch viel mehr eingesetzt werden. Weil du setzt das ja jetzt in ganz anderen Stilistiken trotzdem mit ein, gell? Ja, aber es ist auch nicht mehr so das prominente Instrument. Und auch nicht mehr so rebellisch eingesetzt, sozusagen. Nein. Und längst, da haben wir gespielt Lieder aus Banz, das ist eine Fernsehsendung, ein Programm. Und da haben wir 35, 40 Minuten, haben wir gespielt, die Ziermoniker nicht einmal auspackt. Dadurch, dass wir nicht das ganze Programm spielen haben können, habe ich gesagt, jetzt nehmen wir die Nummer und die Nummer und die Nummer. Und zum Schluss bin ich nicht draufgekommen, da ist gar nichts mit der Ziermoniker dabei. Fand ich eigentlich sehr reizvoll. Gibt es beim Live-Gig dann beim Normalen? Gäbe es Enttäuschungen, wenn die Quetschen drin bleibt und die Hitte nicht gespielt werden, glaubst du? Bei einem normalen Konzert, was ist schon normal? Ja, aber weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weil ich ja doch ein sehr leidensfähiges Publikum habe. Ja. Mittlerweile ist es ja jetzt schon normal, dass die Leute wissen, dass du... Ich meine das aktuelle Album, was jetzt natürlich auch gar nicht mehr so aktuell ist, aber durch die Corona-Phase hat sich die Tour ja zwar... Ja, man kann schon von einem aktuellen Album sprechen. Ja, sozusagen nicht, aber die Tour wäre ja schon vor zwei Jahren eigentlich hätte sein, die Tour zum Album. Ja. Darum meine ich jetzt nicht mehr ganz aktuell. Ja. Du bist ja gerade auf Tour. Übrigens, die Termine blenden wir dann unten ein. Man muss ja dazu sagen, auf YouTube ist das relativ zeitlos, weil in einem halben Jahr sind die Termine uninteressant. Darum reden wir jetzt gar nicht drüber, aber wir blenden sie unten. Darum kann man es wieder ausblenden. Dann blenden wir es wieder aus. Es gibt nämlich vier. Da gibt es ja neue Termine vielleicht. Der Management, das weißt du ja gar nicht, aber es hat geheißen, es wäre super, wenn wir die vier Österreich-Großen oben erst kurz einblenden. Merkt man durch die... Ich schweife jetzt kurz ab, weil es mich interessiert. Merkst du dieses in der Kultur, dass sich die Leute mit Ticketverkäufen schwer tun? Mhm. In Wien gibt es gerade einen Satz, 50 Prozent ist das neu ausverkauft in den Theatern. Merkst du, dass es bei deinen Konzerten extrem ist? Es gab, glaube ich, zwei Konzerte, wo das aufgefallen ist. Eins war in Bremen. In Bremen, wenn wir in Bremen gespielt haben, haben wir vor zehn Jahren, wo Bremen tut es gut, auch in Norddeutschland ein Hit war, haben wir dort, glaube ich, 2.000 Leute gehabt. Oder zwei, fünf. Und normalerweise spielen wir in Bremen, im Modernen, so ein Club, da haben wir 1.000 Leute Platz. Und jetzt, weil ich so lange gespielt habe, das war ja vorher schon ausgemacht, dass wir dann... und das dauernd verschoben worden ist. Jetzt haben sie es dann irgendwann in ein wunderschönes Theater. Ich weiß nicht, in Metropol oder irgendwie, wie das heißt, ein zweieinhalbtausend Sitzplatztheater. Und da haben wir dann nur 800 drinnen gehabt. Okay. Was sich echt mau angefühlt hat. Vor allem... Aber in Deutschland sind die Leute auch noch ängstlicher als bei uns. Diese pandemischen Geschichten, das merkt man schon, die sind da noch irgendwie verschreckter. Und jetzt waren da diese 800 Leute drinnen und die sind nicht einmal nebeneinander gesessen. Außer es war ein Pärchen. Jetzt waren die verteilt. Jetzt sind die auch nie... 800 Leute, das ist auch nicht nix. Aber die haben trotzdem kein so... Wir sind das Publikum. Kein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und jetzt war das alles... Das war... Komischer Obentier. Das war eigenartig. Aber wir haben geil gespielt. Und die, die waren, haben denen, die nicht waren, was voraus. Und am selben Tag hat der Udo Linkenberg gespielt. Den hätte ich mir so wahnsinnig gern angewürgt. Schade. Da sind auch viele hingegangen wahrscheinlich, wenn er nicht gespielt hätte. Ey, arg, dass sich das im Norden von Deutschland so cool ausgeht. Voll schön eigentlich. Also gottsprachlich hauptsächlich, muss man ja sagen. Wenn er tut es gut, ist im Norddeutschland doch relativ schön. Nein, das finde ich auch. Wahnsinn. Aber das habe ich von Anfang an gemacht. Da haben wir gesagt, ich will da auf, ich will da spielen. Und wir haben in Hamburg gespielt oder in Berlin, sind wir eigentlich im Haus verkauft. Wahnsinn. Aber heuer ist es schon, es ist alles, was so nach der Pandemie erst in den Verkauf gegangen ist, ist ziemlich zart. Und ich habe dann immer gesagt zum Management und zu dem Kartenverkaufsbüro, ich verstehe das. Ich habe es eigentlich immer pervers gefunden, dass ein Konzert ein Jahr oder gar zwei Jahre vorher schon ausverkauft sein sollte. Ich weiß eigentlich nicht, wo ich in zwei Jahren sein möchte oder bin. Und dieses Vorplanen… Das hat sich, glaube ich, grundlegend verändert. Und das finde ich eigentlich gesund, dass man mehr spontan reagiert und sagt, ich gehe oder ich gehe nicht. Und nicht schon ein Jahr vorher. Ich habe nur leider fast die Sorge, dass eine gewisse Verlässlichkeit mit einher verloren gegangen ist. Also zum Beispiel, wir haben vorher im Auto gerade geredet, diese Absagepolitik jetzt von, nein, sind doch nicht genug Karten. Sagen wir lieber ab. Da muss, glaube ich, die Kulturbranche extrem vorsichtig sein und bleiben. Ob wir uns da nicht vielleicht eh schon zu weit gegangen sind, dass man da vorher immer gleich absaugt. Weil wenn wir sozusagen denen, die eh jetzt noch bereit sind, Vorverkaufskarten zu kaufen, die auch noch enttäuscht… Weißt du? Ja. Nein, du hast recht. Da bin ich ganz bei dir. Also dieses Verantwortungsgefühl, das muss man schauen. Wir haben nichts abgesagt, weil wir uns gedacht haben oder ich mir gedacht habe, warte lieber noch, bis sich die Wogen glätten. Sondern wir haben immer nur verschoben, weil der Veranstalter gesagt hat, das geht sich nicht aus. Weil die Künstler, glaube ich, die gehen schon gerne auf die Bühne. Und ich habe auch nichts dagegen, also für 800 Leute in einem 2.500-Theater-Soll zu spielen. Wie du sagst, 800 ist ja trotzdem immer eine Wahnsinnszahl eigentlich, gell? Also 800 Leute. Du bist natürlich ganz andere Sachen geworden. Glaubst du, messen wir generell jetzt ein bisschen vom hohen Ross runterkommen, weil die goldenen Zeiten vielleicht eher vorbei sind, weil die Zeiten nicht schwieriger werden in der Kultur? Oder müssen wir zurückschlafen, die Produktionen ein bisschen kleiner fahren? Ja, ich glaube auch, dass sie einfach jetzt groß waren. Also dieses opulente Inszenieren von Popmusik, ich habe es nicht verstanden. Ich liebe Lady Gaga für das, wenn sie am Klavier sitzt und spielt. Und auch in diesem Film. Also da habe ich lernen müssen. Die hat ja geheißen, Star ist Born. So eine großartige Musikerin. Aber ich habe mir mal eine Show von ihr angeschaut, wo sie da, ich weiß nicht, 20-mal gefüllte oder vielleicht 100-mal das Kostüm wechselt. Und dann spielen die auch fast alles Halb-Playback oder sogar Voll-Playback. Weil es sich sonst nicht mehr ausgeht, dass das Tanzen und das Springer und Renner und Kostüm-Change und das alles irgendwie atemlos noch hinkriegst. Nein! Nein! Ich meine, wer braucht denn den Schaß? Und dann setzt er sich ans Klavier und macht eine Viertelstunde lang nur. Und dann… Geht die Sonne auf der Wand. Deswegen gehe ich in ein Konzert. Und ich glaube nicht, dass die… Also das hat sich so aufgeschaukelt, dass ich es grundsätzlich jetzt gut finde, dass das ein bisschen eingedampft. Oder nicht nur, dass das wieder einmal reduziert wird auf da, wo wieder was drinnen ist. Wo wieder was schmeckt. Das ist ja aufgespritzt bis zum Gehtnimmer. War das eh vielleicht in der Corona-Zeit ein gesunder Reset der ganzen Branche wieder erfahren ist? Dass man alles wieder einmal am Boden der Tatsachen oder überhaupt auf den Boden bringt, gell? Ja. Nein, glaube ich eh. Und es wird nicht nur in der Kulturbranche, sondern auch in der Gastronomie oder so und in allen anderen Sachen, es wird sich auf das System relevant, ist ein blödes Wort, aber einfach auf das, was wir wirklich brauchen, reduzieren müssen. Weil diese Opulenz, die geht sich ja nur aus, weil sie auf Kosten von anderen Sachen basiert. Und das tut der Welt nicht gut, das tut uns nicht gut. Ich habe auch in den letzten Jahren einfach, das sind so viele Acts, also so viele Musikschaffende und da habe ich mir dann schon bei vielen denken, das wird nichts. Aber der Anspruch ist da einfach, es zu machen. Und es geht ja dann über Förderungen und über was weiß ich, aber das kann es nicht sein. Ich habe nie Förderungen genommen, weil ich mir immer gedacht habe, das ist mein Film, dass ich Musiker werden will. Das muss ich mit mir ausmachen und mit mir ausbaden. Und wenn ein paar Freunde in meinem Umfeld mich durchfordern oder mir ein Bett zum Schlafen geben, dann ist es in einem überschaubaren Kreis. Aber ich will jetzt nicht, dass der Steuerzahler oder die Steuerzahlerin mir nur, weil ich immer denke, ich will Musik machen, eine Förderung zukommen lassen, dass ich meinen Traum auslebe. Kultur gehört schon gefördert, wenn wir so sind, aber nicht einfach nur, dass man Leute, die es einfach nur wollen, aber nichts zum Sagen haben, eine Kohle gibt. Also mehr oder weniger aus dem Gedanken heraus, die Idee oder die Strahlkraft der Idee, die ich habe und die ich gerne umsetzen will, muss von sich aus so groß sein, dass sie von sich aus funktioniert und nicht am Leben erhalten werden muss. Ja, okay. Glaubst du an das, dass wenn jemand ganz abgrundtief mit seiner Idee strahlt oder gar nicht die Wahl hat, wo es hingehen soll, sondern es geht von selber, glaubst du, dass das zwangsläufig funktioniert oder meistens funktioniert? Weil ich glaube, das schon. Also ich glaube, man spürt das dann auch, dass das... Ja, ich glaube, dass ich das, was wirklich zwingend da ist und geil ist, dass ich das durchsetzen werde gegen alle Sachen. Da gibt es sicher Beispiele, wo es nicht geklappt hat, die Leute vorher gestorben sind. Aber ich glaube an die Urteilsfähigkeit der Menschen, dass sie zu dem greifen, was Substanz hat und die Finger lassen von dem, was keine Substanz hat. Das hat sich... Ich bin ein absoluter Gegner von Werbung. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich nicht gern Interviews gebe, weil in den meisten Fällen sind die Interviews dem geschuldet, dass man jetzt in eigener Sache werben soll, dass es Konzerte gibt, dass es ein Buch rausgekommen ist, dass es eine CD gibt und solche Sachen. Und ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Ich bin auch, also wenn mir eine Werbung dazwischen kommt, zwischen dem und zwischen mir und dem, was ich mir anschauen möchte, dann merke ich mir das und denke mir, sicher nicht. Das Produkt kaufe ich sicher nicht. Schatz Fleiß nicht quasi. Und da gehe ich sicher nicht einkaufen. Und die ganze Zeit zwischen mir und dem ist, was ich eigentlich haben will. Im schlechtesten Fall wirst du beim Anblick unseres Interviews dir das zwei, drei Mal denken leider. Weil für YouTube funktioniert genauso, gell? Ja, außer man hat irgendwie... Es gibt schon so eine Kante, die man sich machen kann, wo man dann werbefrei ist, oder? Absolut, ja. Absolut. Aber ich glaube, da muss man auch vorher zahlen dafür. Also in jedem Fall kostenlos. Naja, das ist ja okay. Ich finde das okay. Ich glaube, das ist wirklich krank, dass man glaubt, also man kriegt irgendwas umsonst oder so gut wie umsonst. Es ist nicht. Aber so beliebig ist die Zeit heute leider. So beliebig ist auch die Konsumation der Musik geworden. mit billigen MP3-Files um 9,90 Euro, alles verfügbar im Monat. Ja, ja, ja. Das ist leider... Aber irgendjemand hat diesen großartigen Satz gemacht. In dem Moment, wo etwas nichts kostet, bist du das Produkt, wirst du verkauft. Ja, guter Satz. Und das stimmt. Umsonst ist nichts. Du irgendwo musst du, irgendwas musst du geben. Und dann sind es deine Daten, dein... Stimmt, ja. Daten ist die neue Währung, der Datensatz, ja. Meistens merkt man es gar nicht im Hintergrund, was eigentlich mit dem passiert, was man dann da ist. Ja, also du musst... Ja, es prasselt dann halt auf dich ein und du weißt jetzt nicht, warum das so ist. Ja. Aber eigentlich sind es deine Daten, die herumfliegen. Nein, und ich glaube, die Sachen, die was wert sind, die kosten auch was. Dieser alte Spruch. Alles ist umsonst. Nur der Tod. Außer der Tod, ja. Und der kostet das Leben. Mhm. Und so ist es mit allem. Etwas, was Substanz hat, hat seinen Preis. Ob es umgekehrt auch so ist, weiß ich nicht. Ob alles, was einen hohen Preis hat, wirklich eine Substanz hat. Weil es gibt dieses sich hochschaukeln und dann zeigen ein paar Influencer und sagen, das ist die neue Währung. Es ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen, aber wir leben leider in einer Zeit, wo eigentlich genau oft das Gegenteil passiert. Es sind meistens kurzfristige Phänomene, muss man sagen, gell. Aber es wird auch ganz viele Sachen so richtig bekannt, wo man die Strahlkraft dann teilweise vermissen mag. Ja, aber die, natürlich gibt es umsonst Sachen oder es gibt Sachen oder Dinge oder Zustände, die kann man mit Kohle nicht kaufen. Du kannst dir die Liebe nicht kaufen. Du kannst dir Sex kaufen, aber Liebe kannst du nicht kaufen. Du kannst dir einen Gipfel nicht kaufen. Und wenn du sagst, ich möchte gerne auf den Kolbenberg aufgegehen, ich möchte gerne dieses Gefühl haben, da oben zu stehen, dann kannst du dir das nicht kaufen. Du kannst dir eine Hubschrauberflechte aufhören, aber das ist es nicht. Du hast nicht so das Gefühl, ich bin da jetzt aufgegangen. Aber es kostet nichts. Du kannst es nicht kaufen. Du musst dir einfach sagen, du übe ich ein bisschen, bis ich fit genug bin, dass ich da aufgegehen kann. Und dann hast du ein Gefühl, dass es nicht zu bezahlen ist. Ja, das kann man. Du bist ja bei den sozialen Medien selber auch, auch bei Instagram. Da merke ich fast sogar, dass du, glaube ich, manchmal selber postest an der Selfie-Handhaltung. Ja, ja, da maustodelt mich meine Webmaster, meine Webmistress, ich habe keinen Webmaster, ich habe eine Webmistress. Die Sarah, die sitzt in London, nein, nicht in London, in Kent und betreut Instagram, Facebook und meine Homepage. Und die ruft dann an oder schickt mir ein, ich brauche ein Bild, ich brauche ein Bild. Okay. Achso, das heißt, du schickst dann das Bild zu ihr? Genau, ich schicke sie und sie postet die, wann immer sie glaubt, dass das jetzt wichtig ist. Weil ich wollte dich gerade fragen, wie du das mit sozialen Medien tust. Weil vom Gefühl her spricht das jetzt eigentlich gegen alles, was dir eigentlich gefallen würde. Ja, ich habe sie in der Pandemie angefragt, das war ganz lustig. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt habe ich eh nichts zum Deutsch, schau mir das einmal auf, was ist das Instagram? Facebook hat die Sarah so entlang gemacht, aber das ist einfach ein Communication-Tool und nicht mehr. Instagram ist dann schon, da geht es dann schon, da muss ich immer aufpassen, dass jetzt nicht irgendwas Privates da sich überschneidet oder andere Leute poste, die mit mir irgendwas machen und habe mir sicher viermal im Jahr, denke ich mir, und jetzt höre ich mit dem Schaß auf. Es ist lustig, so im engen Kreis was zu machen und die Leute, die man kennt, dass man kommuniziert mit denen, aber so mit diesen Leuten, die man gar nicht kennt, ist es komisch, so diese Sachen zu teilen. Was ja letztlich aber auch auf der Bühne irgendwie so ist, weil auf der Bühne ist man ja ein total offenes Buch und gibt etwas von sich preis. Nein, na eh, ein Buch erst recht, also der Roman, den ich geschrieben habe, ist genauso, ja, gibt man natürlich sehr viel von sich preis. Na eh. Es ist ja diese Gratwanderung, auch zum Beispiel, weil ich mir vorher gedacht habe, bei Interviews, wo du sagst, ja, wenn man ein nächstes Buch rausbringt, muss man dann die Interviewrutschen machen, um das Produkt zu bewerben. Das ist ja diese lustige, perverse Gratwanderung, weil zum einen lebt man ja als Bühnenmensch von der Aufmerksamkeit und muss das dann leider machen. Also müssen tut man gar nichts, aber es ist halt meistens, man muss auch dann Tickets verkaufen und dann muss man wieder präsent sein, oder sollte man, das ist schon ein komisches Ding eigentlich. Ja, und jetzt habe ich das Glück, dass ich im Management habe und Leute, die sich um das alles kümmern, auch um meine Social-Media-Geschichten, aber die können das auch nur machen, wenn einer etwas liefert. Und dann habe ich auch das Gefühl, ich kann dich nicht hängen lassen. Ich bin müde, sich Konzertkarten zu verkaufen und ich verweigere mich, dass ich mit irgendjemandem rede, wo ich das bekannt gebe. Ja klar. Aber ich stehe gerne auf der Bühne, aber ich rede nicht gerne über das, was ich auf der Bühne mache. Okay. Weil darum mache ich es ja, also Musik und Poesie oder auch das Buch, das steht ja für sich. Und das jetzt nur einmal zu zerpflücken, indem man darüber redet, das tut der Geschichte nicht gut. Und umso größer muss ich jetzt wirklich sagen, ist das Kompliment und die Ehre, dass du mit mir jetzt fast eine Stunde da gesessen bist. Wirklich jetzt. Sag jetzt nicht kameramedienwirksam, sondern es ist wirklich eine große Freude. Und ich muss dazu sagen, ich war eh sieben Jahre geduldig, ich kann mir nichts vorwerfen. Was ja lustig ist, das sind wahrscheinlich Sachen, die du gar nicht mitgekriegt hast, nehme ich jetzt einmal an. Oft ist es ja so, dass du so anfragen gar nicht. Aber es passt halt manchmal einfach nicht. Und jetzt hat es passt. Voll gut. Ja, finde ich auch gut. Und danke, dass du gekommen bist. War voll gern. Ein Ausflug ins Salz kamer. Der Hubert hat sich extra um diesen wunderbaren Rahmen gekümmert, haben am Anfang schon kurz angedeutet. Danke auch für deine Bemühungen. Ja, danke Horst, der uns das zur Verfügung stellt. Das ist ein alter Fischerfreund von mir, darum ist da hinten der riesige Hecht, den hat der Horst gefahren. Ah ja. Den hat man wahrscheinlich jetzt ja relativ lang so angeschnitten in deiner Porträtkammer gesehen. Liebes Maul. Ja. Ja, Leute, ich hoffe, für euch war das Gespräch total so schön wie für mich. Ich habe es sehr genossen, Robert. Vielen Dank. Danke auch. Kommt gut nach Wien. Danke schön. Und abschließend den Satz. Das kennt man. Den Kanal vom Roten Stuhl kann man abonnieren. Und wir sind wieder in der modernen Welt angekommen zum Abschluss. Heute muss man abonnieren. Schauen wir, ob es wer tut. Leute, macht es das gut. Macht es das. Macht es das. Kostet nichts. Jetzt haben wir wieder. Kostet nichts. Ich bin das Produkt. Danke fürs Zuschauen. Tschau. Bitte euch. Turnp, Lass, unten auch auf! Ich finde dich. Tschau. Marawak! Ruhe 몰라 der Kommunikation. Lass nach oben auf! Bis Mal Tun! Tschau! Vielen Dank.